Ja, jetzt muss ich nur noch runter und... Junge. Ich würde schon sagen, Food Protection 3 muss da sein. Nein, Seinfeldprod 3, Scharp 4. Er hat 1k Blöcke gelaufen. Junge, ich fand es voll gemeint, hab ich einfach gekillt, die letzte Runde, Alter. Ja, ich hab den Stream geholt. Okay, Scharp 3, One Piece Pro 2. Leavi. Leavi. Hab ihn. Nee, er war zweiviertel Tier. Was ist also, was soll ich machen? Ich find Fabian nicht... Okay, gut. Jetzt hat er ein Problem. Jetzt hat er ein Problem. Wieso attackt er mich? Okay, der Typ, der mit mir trusen wollte, attackt mich von hinten. Nee. Jetzt hat er Pech. Okay, die attackten mich alle. Geil. Sie 2B1en mich. Sie 2B1en mich. Sie 2B1en mich. Sie 3. Und plus, der cheatet ja auch noch. So, ein Supreme Client. Ich hab Supreme Client gekillt Na Tut mir leid Okay, die Fight Er clean mein Kill Okay, dann clean ich ihn Juck mich nicht You're getting killed Hey, somewhere fire Got him Wurde gecleaned von Rod Critting, ist das dein Ernst? Junge, ist das dein Ernst? Ist das dein fucking Ernst? Samu, dein Ernst, Junge? Du cleanst mich, Alter, weißt du? Ich hab wenigstens Felix Fair gefeitet Ja, Junge, du könntest mich flinken aus, wenn ich einen anderen fighten will In�etro, es lightst mich ja zuerst does, wenn ich mit unserem vorher lande will ich Wurde ... Und da sind meine Leute, du kannst du nicht wenn ich euch versuche um you, meine Leute aus dem Geigst